In der Zwischenzeit konnte ich entziffern, wo wir hin müssen, denn im Buch gab es versteckt Koordinaten und weil das Ganze ziemlich am anderen Ende der bekannten Welt ist, gehen wir durchs Nellon. Und ich komme am frühen Morgen, wenn die Räuberli wahrscheinlich todmüde vom letzten erfolglosen Raubüberfall im Bett liegen. Und Überraschung 2, wir kommen aus einer Richtung, die sie wahrscheinlich nicht vermuten, denn wir reisen hier auf dem Dach des Nether.